Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Inkling.rp. Heute stelle ich wieder ganz eine spezielle Waffe vor, den Punkt 52 Gallon Deko. Wie die auf den Namen von dieser Waffe kommen, ich habe keine Ahnung. Die haben den normalen Punkt 52 Gallon, ach schon, Punkt 52 Gallon, voll der komische Namen. Na ist ja wurscht, ich mag mich nicht drüber beschweren, solange die Waffe was drauf hat. Aber genauso wie das Blättling Deko schaut die hässlich aus. Mit diesen Funkelsteinen da drauf, was soll das? Na ist ja wurscht. Eher, alter, wie viel Schaden hat die gerade bitte gemacht? Ich habe den Airbrush mit einem oder zwei Tropfen, sag ich mal, weil ich den einfach mal umgebracht. Das ist nicht der beste Feuerrad, der bei dem was schießt, haut richtig rein. Ja. Alter, was? Drei Schüsse, zwei Kills, hä? Was für eine Bombe? Ups. Jetzt weiß ich auch, was für eine Bombe das er hat. Und der Brasher hat es gekriegt. Oha, drei Kills. Die Waffe ist ja richtig krass. Ich meine, ich glaube, ich habe zwar schon öfter, ich glaube, ich bin schon öfter von der gekillt worden, aber ich habe zwar gemerkt, was das stark ist, aber so stark? Alter. Verwalter. Ja, die ist ja richtig krass. Oh Gott. Da ist aber so ein Weg. Und hinter mir war es den Fähner. Wieder der Airbrush, weil ich ja so vorher schon darum gestanden. Ich habe immer nur den Ton jetzt recht laut gescheuten. Also für mich ist das gerade ultra laut. Du kannst mir mal mit Kommentaren schreiben, ob das eigentlich zu laut ist, ob man mich nur guckt, nur hört. Oder ob man mich deswegen eben nicht mehr hört. Du kannst mir ja gerne in Kommentare schreiben. Wenn alles passt, ist es so gut. Ja, dann können wir das. Was? Drei Schüsse? Und der war tot. Ey, du Freienkerl. Ha, lol, den haben wir mit der Spülbombe gekriegt. Was? Achso, der hat mich er snipert. Er hat mich er snipert. Hey, achso, dann können wir nicht einfach... Ui. Ui, die Waffe ist saugut. Für die gibt es auf jeden Fall einen Rangkampf. Jo. Ui, gleich mal eine andere Map. Ja, sowas. Passt, sag mal, heute ist... Wie viele Sniper hat der Gegner? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber zwei mindestens. Ja, zwei haben es. Ja, schön. Das ist ja zuschauen, ey, gell? Nein, der mag einfach nur diese ganze Zeit schmarrn machen. Oder das ist, weil er mir die ganze Zeit mit seiner Spülbombe gemacht hat. Ja, guck mal, es meckst. Ja, okay. Oh Gott. Es war so klar. Sand. Sand. Du bist umbraucht worden. Warum fährst du dann zu mir? Der hier. Ha. Ja, komm, ich habe keinen Bock da drauf. Also entweder bist du Zuschauer, dann ist es berechtigt. Alles klar, jetzt. Ha, ha, ha. Der will gerade auch wie laufen. Ha, ha. Der hat oft einen Moment in Drift, Connor. Ich habe den Hike-Round. Ja, ja. Ups. Hey, das war der Varecomie-Stum. Drei Kills, oder wie viel von uns? Drei oder vier? Ich glaube, drei. Ich will nicht überheblich wirken, deswegen sage ich drei. Drei Kills, oder wie viel von mir ist, oder wie viel von mir ist, oder wie viel von mir ist. Oh Gott, nein, sie wollen unsere Team-Mails angreifen. Hallo. Hallo, alter Mann, die macht so viel Schaden, diese Waffe. Die ist so krass. Wer braucht bitte... Äh, hier ist es, Freigeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr... Wer muss bitte schnell schießen, wenn er so viel Schaden damit macht. Alter. Alter. Ja, okay, jetzt kommt er ran, komm. Aber jetzt mal nochmal das Ergebnis singen. Jojo, gut. Sehr gut. Wie viel da bin ich worden? Wie viel da bin ich worden? Ja, erster. Sieben Kills, oh mein Gott, stimmt. Nee, ja. So, und gleich geht's los. Mit Spätzle und Soße. Naja. Ui, dann hoffe ich, dass ich mit der Waffe hier genauso gut umgekommen, wie im Standardkampf davor. Oder ob der hier so nützlich ist. Ich hoffe mal. Wie war's, dass da eine sitzt, der Sam? Wo kennt denn der so? Ja, das Ding wäre, dass der Gegner führt, wenn wir mir noch gar nichts gemacht haben. Komm, 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 komm. Vorwärts. Ja. Alter, und trotzdem, du kriegst. Oh Gott. Und vor der Bombe umbrot werden ernsthaft. Auch komm, unser Team vorne braucht mehr Hilfe und die lassen mich für den Camper erwischen. Schon mal den Juckdiskor, nicht? Ich dachte, dass man mir grad einen Rekord hängen. Oh Gott. Nein. Da hat er sein Schild ausgepackt. So, der Camper ist immer noch da. Dann bring ich den doch irgendwann mal mehr um. Okay, alles so ruhig. Was? Halt's auf. Was hat denn das denn? Oh, wie mies. Der ist zu feiern, einen Zweikampf zu gehen. Hört ja, wie heißt derzeit die ganze Zeit Bomben. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass der Camper wieder da ist. Was? Von der Bombe, oder? Ja. Oh, das war dumm, Herr Keele. Ja, ja. Toll ist ja auch einer von uns. Ja. Ja, da wird's wenig Kinder hier gemeint, die landet auf den Turm. Und wieder vom Camper. Alex spielt mit. Einen Alex. Schönen Tag, Alex. Ach komm, weil mir mein Teammate im Weg steht. Ja, weiß ich. Die Kinder sollen ja noch mal zurückspulen, wenn sie nicht gesehen haben. So, ich hab, glaube ich, die ganze Zeit an meinen Teammate reingeschossen. Ich hab's nicht gesehen. Oh, ich hab's nicht gesehen. So, ich hab's nicht gesehen. Wo ist der Alex, oder? Na. Jetzt zerstreuen wir den mal. Zwei. Gehen wir noch mal schnell auf. Und los geht die wilde Fahrt. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Komm schießt, Nobbe. Jetzt haben wir zu seinem Schild. Der macht das nicht easy. Der macht das nicht easy. Oh. Hecken, na, wir machen den Nobestecker da. Warte mal da drüben, ich stehe da auch nicht. Nein, die Nobbe verfehlt. Verfehlt. Wie gemein. Ach, da unten ist er schon. Oh Gott. Mann, der immer mit seinen Bomben. Der hockt wie jedes Mal rein. Ja, aber das wäre der Sieg. Das sieht ja gut aus. Ja, das können wir heute. Dann müssen Sie uns runter schießen und gleichzeitig nicht mehr drauf können. Ja. Da stehen wir sogar noch drauf. Jawoll. Okay. Genau, das war es dann auch schon wieder mit dem Partyhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao. Nee, wir wollenbens schuss номingos sehen. Vielleicht den Figuren? Also Er frågades. Vielen Dank.